so hi und hallo mal wieder heute öffnen wir wie ihr gesehen habt ein paar sticker booster von fili aus meinem display dass es so langsam leer wird werde jetzt immer wieder ein paar tütchen öffnen um euch zu zeigen was da drin stecken kann wollen wir jetzt mal wieder anfangen eine puzzle karte und ihr wisst ja wenn ihr die bilder länger genießen wollt immer wieder auf pause drücken weil ich bin absolut kein freund von langen videos eine glitzer karte alles wie ihr seht zurzeit puzzle teile nein hier ist wieder eine mit glitzer staub drauf auch wieder scheint ein größeres puzzle zu werden ich könnte auch glaube ich mal so langsam ein update von dem sticker album machen vielleicht werde ich das demnächst mal machen wenn ich genug bilder drin habe puzzle zahlen größeres bild wieder eine mit glitzer staub ein kleines bild wo ihr natürlich das display oder die sticker booster bestellen könnt werde ich natürlich immer unter dem video verlinken ich sehe gerade schon wieder die zeit wir haben schon wieder die zwei minuten marke geknackt also kommen wir jetzt zum siebten und letzten tütchen für heute wieder eine glitzer staub also ich hoffe ich konnte euch wieder zeigen was da drin stecken kann und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu bis zum siebten